Hinter mir! Ja, wir müssen einen Rückzug machen. Du machst das aber nicht. Alter, was ist denn für eine Kokain-besoffene Scheiße, Mann? Au, au, alter. Ja, ne, ich bin beide auf. Alter, wie weit kann der mit dem Feuer schießen, bitte? Bitte sag mir das, bitte, bitte. Na, ich sehe dich da vorne mit Flamme. Hast du dich gerade selber angezündet? Ja. Du wurdest verfolgt, Papa! Und ich hab ihn umgebracht. Echt? Wurdes verfolgt. Alter, was war denn das für ein Scheiß-Geräusch, Mann? Ich weiß auch nicht. Und dann hab ich noch ein Panzer. Einfach mit zwei Dynamie komplett in die Luft gejagt. Okay. War richtig nice. Ah, scheiße, ich kann beide nicht warnen. Hinter mir! Ja, wir müssen einen Rückzug machen. Du machst das aber nicht, Ludo. er hat du machst es aber nicht krass bist das machte unser Fettgeschütz schon ich hab's genau gesehen, dass du vor dem Panzerschutz getroffen wurdest sag nicht, es ist ne Lüge, stimmt nämlich nicht sterben gleich zum Spawnpunkt zu kommen das hat ihn dazu gebracht, dass er mit Absicht stört nicht sterben ok, ich geh mich umbringen, weißt du da guckst du in ne halber Stunde zu, wie sich da einen zurechtschießt ich konnte ja nicht spawnen, das war eine Sekunde oh, da sind 300 Leute da oben ja nein man, das ist doch bescheuert diese Ecke, Alter was ist denn für eine Kokain-besoffene Scheiße, Mann Junge, zu viel Kokain geraucht oder was ich weiß, es raucht man gar nicht nee, aber es ist so dumm, dass du von der einen Seite einfach drauflaufen kannst und du von der anderen Seite musst du einfach springen beziehungsweise gedrückt halten damit der so drüber jumpt weißt du ich hab grad jemanden umgebracht und der hat geschrien wie keine Ahnung ein Tier ich hab vorhin wieder so'n Fallschirm gesehen übrigens so'n kleinen Scheißfallschirm, der so rumfliegt und so was ist das? was ist das? ich verursache in einer Runde, wieviel Schaden? das ist meistens nicht so viel, oder? 2800 war aber nicht das ne, 950 in einer Runde ich hab mit der, also mit der Waffe muss ich 950 Schaden in einer Runde machen und insgesamt 2850, glaub ich, was ok sollte ich eigentlich beides schaffen wenn ich in den Hits nicht so Idiot-Tisch spiele eeeeh, das war schon wieder voll idiotisch, alter ja, leb mich wieder, damit ich diesen kleinen Schwasten davor ok, der lebt nicht mehr ah doch, der lebt noch der lebt nein, ich, ich will euch ich, 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 ich bin Sniper oh ja, dankeschön, nochmal hochgeholt, alter gleich lieg ich wieder am Boden kann mich schon mal jemand wieder hochholen? ich bin noch am Leben naja, ich wollt grad 5 mal hintereinander umgebracht und dann dachte ich mir ja, kannst ja als Heiler nicht gleich neben mir stehen bleiben oder so ich bin kein Heuber nicht du achso das nächste Mal bin ich heiler und lasst dich sterben ich hab Panzer von uns angeschossen, weil ich ihn nicht reparieren konnte in unser Hütchen rein in unser Hütchen ich hab versucht, den Panzer umzurenen hab geklappt wo ist der hin? so, der war wirklich tot achso, der war ein echter Mensch war ein echter Mensch achso, war ein echter Mensch achso, war ein echter Mensch ja, ich dachte erst, es wäre kein echter Mensch hab gehackt der hinkrieg wohin ist eigentlich hin? ja rüber, hier waren sie jetzt weiß ich nicht hier ist das? hier wollen sie stürmen das sind sie schon in den Panzer in den Panzer gekommen Kann ja nicht sein Der snipet mich einfach Bevor ich überhaupt spawne, Alter Was? Wie, Mann? Der eine hat mir so einen Sniper-Schuss Begeben, bevor ich überhaupt gespawnt bin, richtig Wo ist der Panzer? Da vorne Ne, hä? Das war noch nicht mal der Panzer Oh, da ist der Panzer Ne, yo, John, yo Jamaika Alter, diese scheiß Felsen, Alter Wenn es irgendwie so eine Palme wäre, dann wäre es ja okay Wenigstens Aber, Junge Ein fucking Berg, da kann man nicht durchschießen Scheiße, das ist super Wo bist du? Ich meine eigentlich deine Punkteliste Wo bist du in der Punkteliste? Nein, noch gehst du in den Kampf Oh, das ist ein Panzer Ich kann das wieder in drei Stunden respawnen Au, au Alter Ihr legt beide auf Vielleicht Ich wollte dich gerade respawnen Nennen Was? Alter, ich dachte, das wäre unseres Oh, danke Geiler Heiler Du Geiler Heiler Eben nicht, ich habe gerade vier Kills und zwölf Tote gesagt Ach so, ich habe schon vier Kills und vier Tote Ja, zu wenig, Alter Ich sterbe in einer Sekunde fünfmal Das geht nicht, weil man gar nicht so schnell respawnen kann Aber ich sterbe so oft, okay? Boah Mann, wäre ich jetzt Sniper Wäre ich jetzt Panzerknacker Also mit meinem Sniper habe ich Panzerknacker sogar ausgerüstet, aber Keine Ahnung Ich bin, also nicht Sniper, weil ich das spielen muss Also das Gewehr Na ja, denn egal ob du einen Körpertreffer machst Also ich tötest ihn, ja Okay, wenn ich das schaden mache 90 Und dann hat mir jemand einen Kehl geklaut Wer braucht's wohl? Du warst es nicht Du bist nämlich gar nicht bei mir Ach so, ich war hin bei B Ja, und ich bin bei C Und ich bin bei C Panzerknacker Das ist auch so ein Scheißname Weil die knacken ja eigentlich Tresore Und das tun sie ja noch nicht mal Oh Also womit haben die diesen Namen verdient, Alter? Waren die damals so im Krieg Und haben damit damals auf Panzer geschossen, oder? Boah, ich hab Panzer getroffen Oh, ich hab nochmal getroffen Wenigstens das, Alter Hä? Das ist... Warum hab ich da zwei, drei Panzer Obwohl wir sehen, obwohl es nur ein Panzer war Das ist ein Scheißpanzer Ich glaub nicht, dass er vor dir ist Doch Warte, sei mal nicht im Kampf, sonst kann ich bei dir schwören Sei mal nicht im Kampf, Alter Alter, ich war grad mit drin, Junge Oh, hier kommt schon ein Panzer freiwillig ins Haus Schießt mit Flammen Und mit Scheiße Schießt ja auch Ich hab eben mit der Panzer-Faust weggefanziert 56 Kills und 7 Tode Der aus dem Gegner-Team hat 43 Kills und 10 Tode Du willst mich doch verarschen, wie geht's so was, Alter? Junge, guck da selber nach, Mann! Ne, ich glaub's dir doch Junge Ah, wegen dir bin ich gestorben Hast du mich abgelenkt? Bestimmt gar nicht, aber egal Ah, okay, der beste ist ein Sniper Du kleines Wichserstück Scheiße, Mann! Wieso sieht er mich durch den Scheiß-Nebel, Alter? Ich seh ihn nicht Danke Das hab ich mich schon immer gefragt, Alter Wieso sehen die mich hier? Die sehen dein Symbol und dann schießen die da drauf Ja, aber warum seh ich den, ihr's nicht? Weil das nicht markiert wurde So ein Scheiß-Drecher Boah, jetzt ist die Knachel leer, Alter Das gleiche, was dir passiert ist, ist ja auch grad mir passiert, ne? Das genau gleiche Du bist sogar durch den Nebel durchgelaufen Ne, lass mich Oh, scheiß Granaten Ne, lass mich Junge, was ist das? Was hab ich, Alter? Boah Perks Alter, der mit seiner scheiß 2A, Junge, dieser Pisspot Alter, wie weit kann der mit dem Feuer schießen, bitte? Bitte sag mir das, bitte Oh, nur die Blätter in der Fresse Oh, nicht, dass du getarnt bist, ne Nur, dass du nichts siehst Die sehen dich trotzdem Eben Diese scheiß Blätter, Alter Was? Oh, oh Versteck dich in den Häusern schnell Oh, nein Da waren zu viel, Alter Sie kommen wie die Aasgeier Hörst du das? Was denn? Oh Wo lang ist das? Ich hoffe, ich bin hier drunter sicher Irgendwo hier an der Basis Okay Ich hab überlebt Ja, aber du hast keinen getroffen, oder? Du hast nur hier unsere Basis Du hättest ein bisschen weiter vorne hinschießen Das war ich doch gar nicht Achso Das waren die Feinde, halt Achso Naja, eben Deshalb sag ich da Wörst du das? Ne Ich dachte, das heißt, ich hab schon noch was losgelassen Ne, wir hatten ja Wir haben ja gerade erst mal 14.000 Punkte Und ich hab ja nicht mal was gemacht Achso Aber wir sind ja auch nur zu zweit 14.000 Punkte Du hast es, glaube ich, das meiste sogar gemacht Ich hab ihn nicht gesehen, Alter Junge Zack, doch nicht Na, ich seh dich da vorne mit Flamme Hast du mich gerade selber angezündet? Ja Dann hab ich dich gerade vorne rumrennen sehen Hab ich wenigstens eine umgebracht? Ne Hä? Ne Versteh ich nicht, Alter Wenn ich so eine Scheiße abkriege Brenne ich Lichterloh wie eine Scheiß Kerze, Alter Und versorge in Mehreren Matches Also in 35 Mach ich ja easy, weil ich sowieso versorge ohne Ende Achso, es ist ein Äh, 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 ist ein Dings Keine Ahnung, wie das heißt Na, dieser Anschlag halt Achso, unterwegs Hä? Habe ich jetzt schon Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon wieder Versorgungsbuffet abgeschlossen hab Du wirst verfolgt, Papa Und ich hab ihn umgebracht Echt? Wurde es verfolgt, ja Okay Wurde es verfolgt Krampfhaft von irgendeinem Typen, der sah richtig aggressiv aus Ja Was ist denn mit dem? Mann, was ist denn mit dem? Mensch, Alter, aus der Tür, Junge Wer? Der Enidiot stand ja mit in der Tür Ich wollte raus Hat der den Flammenwerfer in der Hand gehabt? Weiß ich nicht Der hat Anfälle, der mit den Flammenwerfern Der kann dafür nichts Was denn? Wir müssen zu B Außerordentliche Was ist das denn hier für eine Position, Alter? Was heißt, wir haben kaum noch Leute? Die haben noch kaum noch Leute, hat der gesagt, oder? Achso, ich habe es schon Wir haben kaum noch Leute Die haben ja unendlich Leben Ey, stimmt, die haben nur noch 97 37 Ich hab meinen Sperr wieder 1.900 1.900 Ey, die wollen Dings auch Oh nein Alter, was war denn das für ein scheiß Geräusch, Mann? Ich weiß auch nicht Hast du das auch gehört? Ne, aber ich kenn's Ich weiß nicht, soll ich eine Funknachricht, oder? Mann Alter, du Kakscha-Schützer, Alter Ja, ja, durch Teile durchgeschossen Hä? Wo ist der Spinner? Ich seh nicht Ja, die sind auch Spinner Alle Gegner und unsere Teamkameraden sind auch Spinner Die machen nämlich gar Na doch, wir sind schon wieder bei B unterwegs Ich mach trotzdem jetzt einen Anschlager, ey Ich hab meinen Molotow noch geschmissen, bevor ich gestorben bin Das war mein Lebensziel Hey Ich stehe noch Das kann doch nicht sein Was ist denn das? Schauen wir doch dieses Arschloch Stimmt, deswegen darf man es ja nicht zulassen Ey, was? 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 Ich hab keinen 50 Schüsse auf den Kopf geämmt Ist nicht gestorben Aber ich hatte auch nicht irgendwie Es hat noch nicht mal normal getroffen Keine Ahnung Ich hab er auf den Kopf geämmt Müssen halt B wieder auf Junge, wie viele haben die von denen, Alter? Keine Ahnung 5000, Mann Aber hier stehen die Dreckspanzer umbewachen Jetzt kommt hier noch eine Das ist ja die vierte, die in dieser Position abgefeuert wurde What the fuck? Das ist jetzt die vierte Ach, verloren Nee Na, die Idioten Achso Nee Gehst du schlafen jetzt? Ja Dahin schlägt noch eine Riesenexplosion ein Das hast du gesehen Dahin einfach noch so eine Atombombe Und sieh ich nur im Hintergrund schon Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal